Fighter bin ich glaube ich, da steht es, Fighter. Was hast du? Ich habe jetzt den Dings genommen, den Rogue. Ah, okay. So, jetzt bin ich da. Erstmal ein bisschen ausprobieren, auch wenn das dich jetzt nervt, aber ich sterbe sowieso mal. Ja, nö, ist okay. Dafür ist das doch da. Irgendwie weiß ich noch nicht, so ganz bin ich mit den ganzen Typen noch nicht so ganz. Also den Bogenschützen an sich finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht muss ich bessere Wappen, aber das ist ja auch so eine Sache. Also du musst darauf achten, also hier ab Level 10 und 15, also gut, schaffen wir wahrscheinlich nicht. Aber du levelst halt auch, weißt du, und dann schaltest du hier noch neue Stellen frei. Achtung, Aschburg, wenn er so röchelt. Was kommt? Achtung, er rächelt. Oh, ich komme hier. Du hast dich verarscht? Nein! Mann, hau ab! Alter du doch lootgeil warst, hast du uns die Blase auf den Hals geholt, hast du den anderen schon gelootet da vorne, dann guck mal da in das Skelett da vorne, was da vorne am Eingang liegt, ne das ist ein Monster, da kommen welche hoch bei mir, ein ganzer Arsch voll, bei mir auch, oh man, der schießt, nein, bist du mir gerade ins Schwert gelaufen? Hier steht, glaub ich, der nächste Expatte schon, wo kommt er denn her? Mordi, bist du schon wieder lang? Jaja, klar Oh nein, hab ich dich dort geschlagen? Ne, ne Kotzt schon wieder, oh, da hinten ist einer Wir sind zwei Und da ist schon wieder einer Drück mal auf vier Matze? Jetzt hab ich deinen Stein in der Hand Achso, das war's noch, okay Kannst du den benutzen, nicht irgendwie? Warte mal, du hattest hier eine Coin in der Hand, die, glaub ich, besser war als meine Oh, ich hab ein Portal Mach hin Ich bin entkommen, Minion Gleich mal wieder was verkaufen hier Treasurer, Treasurer Treasurer Der will bestimmt das Zeug Nicht interessiert Was ist denn der Hurensohn sonst interessiert? Weil du immer nur so einen Müllmann rausbringst Baylor Swift, Junge Baylor Swift ist am Start Baylor Swift Oh nee, den behalte ich mal Keiner ist an dem Ding interessiert, was hier drin ist Was ist denn das überhaupt? Lecker Deal Wo ist denn jetzt meine Kohle hin? Der Hurensohn hat mir das Zeug genommen, hat mir keine Kohle gegeben, das dumme Schwein Null Euro Richtig Das ist absolut richtig Was ist das für ein Ficker? Das ist der Praporstyp Oh ey Der zockt dich ab So, jetzt habe ich mal den Zauberer genommen Oh, ist das eine Fotzer Der hat mir Cool Ach nee, hier hat er zwei Ganze zwei Goldstücke für diesen riesen Haufen Was ich ihm verkauft habe Ist das doch Der Abzocker Ja, echt Ab den Den Ja Taylor Swift kannst du nicht benutzen Den alten Den alten Das ist Ein Hurensohn vom Herrn Du hast jetzt Bogen und Und Na, kann ich verurte? Nee Ich glaube Du saß aus, als ob du jetzt einen Bogen auf dem Buckel noch gehabt Naja, dann Buckel Ja, dann musst du dann wechseln halt Das wäre ideal Du hast ja zwei Waffenslots Ja, ich hatte nur zwei Bogen beim Bogenschützen Mhm Nee, habe ich aber hier auch nur Nur den Zwei ist nix Ich habe nur den Dolch Warte, ich will auch eine Ja Nimm die Große Die beiden gleich groß Deine sah größer aus, oder? Nee Hofmessen Ja, nee Deine sah nur anders aus Aua Was ist denn das schon wieder? Ich weiß nicht Ach, von unten beschießt uns einer, oder was? Ja Alter, da gehe ich runter Das stehe hier ab Ach, so ein scheiß Skelett ist das auch noch Oh, hier sind Spinnen Eine ganze Horte Au Wo bist du hin? Ich bin doch hier hinten Achso, Alter, dann mache ich Den hier erstmal lang Ich komme So, dann zu den Bluten Ich gehe nochmal zu dem anderen Danke Ich muss mich mal heilen, ja Ich habe hier Handschuhe für den Fighter Ah Siehst du, das steht immer da Guck mal hier Ich lege sie dir mal hin Steht richtig dran, ja Oh Ja, wenn du drauf gehst Dann kannst du anziehen So, und jetzt habe ich hier noch Adventure Boots Warte, komm her Ich habe hier Handschuhe Für dich wahrscheinlich Wie schmeiße ich denn die hin? Einfach rausziehen, ja Ja, richtig Siehst du Und jetzt habe ich hier noch Schuhe Hier sind noch Schuhe Ich weiß jetzt nicht, ob du die auch tragen kannst Aber Ja Die kann jeder tragen, glaube ich Hast du Schuhe? Ja Oh, spinnen Ja Eklig Da kommst du gar nicht ran, hm? Nee, von oben nicht Da muss ich reinspringen Ich will auch nicht rein Oh, da ist ein Bogenschütze Achtung Oh, ich bin tot Nein Ach, Alter, wie schnell war das denn? Eigentlich wollte ich die Spinnen auf meine Seite lotsen, weißt du? Ja Siehst du, ich brauche drei Schläge Da ist der Idiot tot Ja, ich habe ihm ja auch schon ein paar gegeben vorher Ah, okay Da ist der Nordi Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken Ich labere mich an dir Bis zur Besinnungslosigkeit Audio, genau, geil Wo kann ich denn Ach, nee, warte Ich kann deinen Stein mitnehmen Ich kann dich wiederbeleben Nee, echt? Ja Da hätte ich das ja vorhin auch machen können Mach das mal Ich muss mal gucken Wo ist denn so ein Schrein hier? Achso, ja, dann sag gleich Bescheid Ich muss mal Hm? Eigentlich sind die Idioten gar nicht so schwer Man muss bloß Den ihrer Moves kennen Oh, kann ich nicht mal benutzen Wo ist hier so ein Schrein? Oh Mann Er hat die Tür kaputt getäppert Keiner Tee mal Au Miss Voll in die Fresse der Geist Ja, hat man auf die Däden Kriege ich jetzt mal Heilung hier? Abwehr, Mann Abwehr Oh Mann Junge Scheiße Du bist schon ein Typ, Alter Aber das ist wieder so ein hartes Spiel, Ander Das ist Das musste ich doch schon wieder unter den Fingern jucken So wie bei Marauders Nee, nicht so wirklich Achso Das ist so Ja, das ist so ganze Dungeon Und mit Monstern und so Das habe ich nicht so Achso Also mich reizt es eigentlich schon wieder Hier irgendwie Was Mal ein bisschen Fuß zu fassen Aber es ist natürlich übelst hart, Mann Ich bin schon tot Habe ich nicht tot gekriegt Nein Der Schwerb tut schon wieder Jetzt habe ich zwei am Arsch Oh Aber viel hat mich mal gefehlt Also ich brauchte mich nicht mal komplett verausgaben Oh, jetzt kommt ja die blöde Wolke an Nein, verpiss dich Glitzer doch irgendwas Was war das? Muss ich da dein ganzes Gier mitnehmen? Wenn ich dich retten will Ja, keine Ahnung Auf jeden Fall liege ich da nur Dose, Mann Was soll denn das? Pimmel guckt raus Der Pimmel guckt raus, Mann Hattest du dein Schild von Anfang an mit? Ja Oh Mann Ich habe keine Heilung Doch, ich habe wieder Heilung Alter, voll in die Fresse Steckt im Hals Heilt der? Oder was macht die Spritze? Ich weiß gar nicht Nee, das sieht nicht so aus Ob die heilt Dieser Idiot Jetzt heilt irgendwas Ach Mann, leck mich doch Mann Ich wollte das blöde Feed zu dem Idioten hinbringen Ich habe die Fiechter am Hals plus die Leute Das ist Oh, geht los Du hast irgendeine Potion auf dem Buckel Mach mal die Tür auf Dass du auch mal was machst für dein Geld Hat er Hat er Pass auf Alter, wie geil So ein Zauberer hat es drauf, Alter Pass auf Dass ich da keine überziehe Aber Zauberst du nicht? Irgendwie? Ich habe keine Ahnung, Mann Ich zauber nicht Erkennt gar nichts, meine Wir müssen hier durch Ah Gandalf, ihr es weiß Alter, ich sehe nichts Ich habe eine Fackel Kannst du auch eine Fackel in die Hand nehmen? Natürlich nicht Auf drei sozusagen Eins, zwei, drei Hier ist eine Kiste Labe dich Da war nichts drin Ja doch, da liegt doch ein kleines Ein 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 Oh Oh Mann Was macht er schreien? Ich meditiere erst mal, Digga Speed Ich brauche Heilung Ich meditiere Okay Er macht aber auch Plus Protection Ja, das war ja cool Hier sind Schuhe drin In dem Knochen Ich nehme das blaue Licht Oh Was? Er schießt schon wieder was durch Wollen wir hier rein? Ja, ich mache jetzt auf Obwohl Da müssen wir nicht Gar nicht hin Aber Wir gucken mal Oh Du hast die Ich glaube, die sind ein bisschen sauer auf mich Alter Fuck Fuck jetzt die Bude ab Geil Noch eine Naja, gib alles Da gibts gleich noch einen hinterher Zieh durch, Junge Lass ihm bluten, die Hunde Oh, da ist aber so ein ganz dicker Gibt noch einer Kopf hier, du Kacke Nicht da rein Warte, ich gebe ihm Ich bin schon tot Was? Es ging ziemlich schnell Hallo Mann Ist das ein Vollidiot Ja Wie? Was denn? Oh Mann Ich hatte schon das Zeug 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 Ich hatte schon das Zeug